Ja, guten Abend meine Damen und Herren, mein Name ist Rainer Reusch. Ich bin eigentlich Kunsterzieher für Philosophie, Kunsterzieher und Philosophie-Lehrer. Habe davor aber noch eine Fachhochschule abgebildet gemacht in Typografie, Grafik, Design und eine Lehre als Kirchenmahler. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben die Kunst rauf und runter gemacht, sowohl praktisch als auch theoretisch. Was dann die Erfahrung mit sich bringt, also ich habe bei Rainer Spießkunstgeschichte studiert und ich habe Kunst bei Gerhard Höhme, des Deutschen Informell, und bei Josef Beuys gemacht. Wenn die alle Kautner und Bücker und Blatt bringen, das war also ein Schöner, den in Düsseldorf studiert, das gibt es auch. Und das heißt, eine ganze Menge Erlebens steckt da jetzt drin und aus diesem Grund her betreibe ich in den letzten Jahren philosophische Betrachtung von Kunst und Künstlern. Das heißt, was steckt für eine Weltanschauung hinter den Künstlern? Die Künstler sind ja nun keine Philosophen, die treibt etwas um, sie machen aus verschiedenen Gründen etwas. Und das, was den jeweiligen Künstler treibt und antreibt und was er bearbeitet, das versuche ich anders als Kunsthistoriker, die das meistens in Formenlehre behandeln und Materiallehre. Das mache ich, um die zeitgenössischen Diskurs zu entdecken, die den Künstler bewegt und warum er das macht, was er macht. Dann noch zur Einleitung zwei Sachen. Sie werden hier hören, der Kern der Problematik in der Malerei geht, Zeichnung und Malerei, damit das auch mal deutlich ist. Das wird Ihnen vielleicht nicht so geläufig sein. Zeichen, Zeichenunterricht ist Ordnungsunterricht, ist Form. Und Malen ist ein bisschen anarchistisch, ist frei, ist Emotion, ist Seele. Deshalb war im Deutschen Kaiserreich der Zeichenunterricht so wichtig, damit die jungen Leute Ordnung lernen. Und ich komme jetzt hier auch auf den Begriff, man kann mir das vorstellen, da ist das schon mal ein bisschen aufwendig, aber ich sage, wir leben in einer visuell-legasthenischen Gesellschaft. Das heißt, wir schicken ja die Kinder zur Schule, doch sollen sie schreiben und lesen lernen. Aber sie lernen nicht sehen und erkennen, das bedarf auch der Schulung. Das hängt ja mit meinem Fach zusammen, warum ich den Kunstunterricht, den kreativen Unterricht an der Schule so wichtig finde. Ich habe noch über meine Lebensgefährten Erfahrung im Umgang mit Kindern, die drei, vier, fünf Jahre haben. Und als sie, ich zeige die Bilder von Baselwitz oder Pollock, dann legen die Kinder los und da sind sie erstaunt, was sie vorbringen. Das heißt, die Kinder sind noch nicht verbildet und sind noch nicht vorgeformt. Und das spielt ja auch eine Rolle. Haben wir noch die Möglichkeit zu einem unmittelbaren Zugang zur Welt? Das wird jetzt hier ein bisschen Thema sein. Da ist der Anlass der Donald Davidson, seinem Davidson-Programm. Er hat eine Kritik an seinem Spanien-Politiker-Crime. Und dann kommt auch Heidegger natürlich, spielt eine Rolle. Er hat sein Standsexamen über Heidegger gemacht. Das ist eine Rolle, Hegel und Kant sprechen mit. Und der Ästhetik-Professor Boris Kreuz, der in Karlsruhe für die Philosophie und Ästhetik unterrichtet ist, also der Umkreis Sloterdijk. Und Peter Trovny, Peter Trovny ist der, kam Sie vielleicht in der Presse, der in Wuppertal, Philosophie-Professor ist und auch das Heidegger-Archiv betreut und diese umstrittenen schwarzen Hefte herausgebracht hat und auch kommentiert hat. So, dessen neueste Gedanken zu dem Universal von Kapital, Technik, Medium spielen auch eine Rolle. So, soweit zur Einleitung und ich bitte Sie nun um Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, von Donald Davidson zur philosophischen Kunstbetrachtung am Beispiel Gerhard Richters. Donald Davidson wendet sich mit seinem sogenannten Davidson-Programm gegen seinen Lehrer, den analytischen Sprachphilosophischen Prime. Dieser erreicht bei seiner Sprachanalyse einen Physikalismus, der Sätze und Aussagen auf messbare Sinnreizungen zurückführt. Hiergegen wendet sich Davidson und fasst Sprache als etwas nicht materiell Messbares. Er sieht die Welt als das eigentlich Primäre und nicht die Sprache. Die Welterfahrung formuliert die Sprache, womit er nahe erkannt ist, wer die Erfahrung allein als erkenntnisbildend ansieht. Zugespitzt, sagt Davidson etwa, nur derjenige, der sich in der Welt gut auskennt, sich in der Lage sieht, zu verstehen und zu sprechen, der kann darüber was sagen. Daher versteht er sein Anliegen als Interpretationsphilosophie, in deren Mittelpunkt der Mensch mit seinen Handlungen und Handlungsüberzeugungen steht. Auf diese Weise gelang Davidson zur radikalen Interpretation. Sie muss daher radikal sein, weil die Welt etwas medial Vermitteltes ist, welches auf ihr Prinzip zu bringen sei. So stellt sich die Frage, ob dem Menschen ein direkter Zugang zur Welt überhaupt möglich ist oder ob das, was er in dieser Welt zu erkennen und zu wissen glaubt, nicht etwas in ihm vorgeprägt ist und Vermitteltes ist. Erkennt der Mensch das Seilende, unmittelbar, oder erkennt man nur vermittelte Wahrheit? Zumindest hat laut Immanuel Kant in seinen Kritiken die Bedingtheit bei der Weltanschauung eruiert, beschrieben. Nach ihm gibt es keine objektiven Wahrheiten, die erkennbar werden. Wahrheit ist etwas durch die Bedingung der Vernunft relativ Vermitteltes. Welterkenntnis hat keinen Anspruch auf Absolutheit. Den Physikalismus sieht Davidson ebenso als medial bemühten Vermittler. Er formt ein technisch-materielles Weltverständnis vor, der Nus, also der Geist, erhält demokratische Deutung, wonach Geist winziger Materie ist. Das bewirkt eine Mathematik-Materie-Matrize, die der Physikalismus als nur Schablone installiert. Dem erhält Davidson aber die Unkrennbarkeit von Geist und Materie entgegen. Trovny sieht das ähnlich und konstatiert eine Idee-Materie-Matrize, wobei er ständig Davidson Spinozas Pantheismus nähert. Im Physikalismus, dem Spinoza fremd ist, versteht man unter Denken ein Messen, Zählen, Rechnen. Weshalb Heidegger behauptet, die Wissenschaft denke nicht, sie verfahren nur. So hat sich nun laut Davidson der Physikalismus verfahren. Kant erklärt eine auf ihre Gesetze reduzierte Natur als uns affizierendes und von uns Menschen vorgeprägtes Medium. Eine solche Naturerkenntnis ist subjektiv im Menschen angelegt. In seine Interpretation der Natur über ihre Gesetzlichkeit hinaus gewinnt der Mensch laut Kant Freiheit. So mag die moderne Naturwissenschaft messen und erklären, wo Gedanken entstehen, doch über Inhalt und Herkommen dieser Gedanken vermag sie nichts auszusagen. Der Wahn, die Fantasie eröffnende Menschen als biologische Anomalie seine Freiheit. So kommt es mit dem Davidson-Programm zur Interpretationsphilosophie, welche wir mit Gadamer herrneutig nennen. Himmel sei nun der herrneutische Zirkel eröffnet. Ja, es geht um die Sinne und um das, was sie uns sagen und vermitteln. Denn ohne Sinne gibt es keine Erkenntnis. Den Menschen des Mittelalters darf man als sinnlich Erfahrene als den unserer Zeit verstehen. Unsere zeitgenössische Behandnahme optischer Zeichen in der Öffentlichkeit, dem Presseorgan, dem TV, dem weltweiten Netz. Das scheint sich gegenseitig aufzuheben und bewirkt in einem medialen Vormodum, wie Baudrillard Simulacum nennt. Die Simulacum übergeht mit seinen konvoluten Schreiberzeugnissen eine Zeichendeutung bzw. macht sie wegen ihrer unverborgenen Masse kaum noch möglich. Im Mittelalter, als Schreiben und Lesen noch prekär und nur einer Elite vorbehalten waren, verstand man besser, die Bilder und ihre Symbolik zu deuten. Kommunikation fand über visuelle Mitteilung von deutbaren Bildern statt. Diese malerisch zeichenhafte Gestaltung existierte allgemein selten, war entsprechend wertvoll und geriet erst in den allgemeinen Fokus durch Präsentation in Kirchen und öffentlichen Häusern. Hier zum Beispiel, in den über- und überbehängten Kirchen kommt ein jeder beim regelmäßigen Kirchenbesuch die Bilder an der Wand mit den religiösen Themen sehen und die Aussage verstehen. Die zeitgenössische Bilderinflation bewirkt dagegen eine allgemeine Abstufung bis hin zur visuellen Legasthenie. Zeichen kann und will man kaum noch deuten. Am Beispiel des Werkes Gerhard Richters soll nun mal versucht werden, diese Legasthenie, den visuellen Zeichen gegenüber, aufzubrechen. Es fällt doch auf, wie stark der Zulauf Richters zu Richters Werk war, als er anwesendlich seines 80. Geburtstags in Berlin eine große Retrospektive seines Werkes veranstaltete. Doch hat man ihn wirklich verstanden? 1932 wird er in Dresden geboren, wo er aufwächst, zur Schule geht und die mittlere Reife macht. Er schließt eine Ausbildung zum Bühnen- und Werbemaler in Zittau an. Ab 1952 studiert er an der Kunstakademie Dresden freie Malerei mit dem Schwerpunkt Wandmalerei. Er wächst also in der Welt des sozialistischen Realismus auf, in welcher man die Menschen einer dogmatischen Ideologie unterwirft. Diese Maßregelung sieht auch so aus, dass Richter die tradierten künstlerischen Handwerkstechniken üben muss und die Ölmalerei im sozialistisch-realistischen Stil kennenlernt. Clement Queenberg nennt das am Beispiel der sowjetischen Ilja-Repin-Verehrung ein Kitsch-Programm. Denn seit der Renaissance aufkommende und herrschenden Akademismus Bourgeoisie blühte, pflegt man jetzt in der DDR. Von der abstrakten Moderne hat man sich abgekopf. Einem naiv-realistischen Medium allein spielt man geltend zu. Richter bemendet daher früh schon eine intellektuell befriedigende Ansprache und merkt, was in unsinniger nationalsozialistischer Zeit entartete Kunst hieß, nennt man jetzt bürgerliche Dekadenz. Das beschreibt die Situation, den poetischen Topos, in welchem Richter aufwächst, der ihn für sein Leben prägt. Ilja-Repin, Volga, Schiffer, Reitler, das ganze Partie, die findet Greenberg ein Kitsch-Programm, weil unecht in der Gefühlsleife. Diese sowjetische Besatzungszone, als DDR etikettiert, erweist sich als Kleinbürger und Schließerstaat, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Diese empfindet Gerhard Richter als zu klein und eng und er will sie verlassen. 1959, als die Grenze noch offen ist, reist er zu Dekadokumenta II nach Kassel und lernt auch Erke von Jackson Pollock, so trippig von ihm, und Lucio Fontana. Kennen wir, ne? Das ist die geschnitzte Leinwand, womit eine dritte Dimension erreicht werden soll. Höhe, Breite, Tiefe, durch die sich aufwärmende, durch den Schnee aufwärmende Leinwand. Die schwarze Öffnung in der Mitte ist eine Ekonisierung der Zentralperspektive. Im Fluchtpunkt ist die Metaphysik angekündigt. Und hier ist auch dieses schwarze Loch das Tod der Metaphysik. Das hat ihn also sehr beeindruckt. Es erweitert seine Weltsicht und gibt ihm neue Perspektiven. Vor Errichtung der Mauer nach Düsseldorf um dort bei K.O. Götz die informelle, abstrakt-gästliche Malerei zu studieren. Solche Malerei nennt man, wie die des Amerikaner Twomblies, auch eine körperbedingte Bildsprache, die Unbewusstes rauslässt. Das ist die neu entstehende Malerei der Moderne im Westen. Die Psychoanalyse spricht mit. Solche Sachen haben auch immer damit zu tun, mit dem, was der Körper, was die Figur, was die Arme, was sie erreichen, was sie machen können. Es ist und da nicht nur her so leichten Einsatz, sondern auf vollkörperlichem Einsatz gemalt worden. Das ist bei Twombie auch viel stärker. Hier bei K.O. Götz in Düsseldorf lernt Richter das auf jeden Fall kennen. Hier in Düsseldorf trifft Richter auf Sigmar Polke, Blinky Palamo, Josef Beuys und deren Umgang mit Bildsprache. Diese muss wegen ihrer immanenten Esoterik entschlüsselt werden. Im Osten hat die Kunst gesellschaftlichen Bedürfnissen zu dienen. Im Westen soll die Gesellschaft Freiheit und Kreativität üben, wozu in jener Zeit Sartres Existenzialismus aufruft. Das eröffnet eine neue poetische Topologie in einer gespaltenen Welt. Es wandelt sich zur Topologie der Subjektivierung. Ja, zu einer heutzutage extremen Äußerung intimster Vorstellung. In der Kunst unserer Tage produziert sich hemmungslos das Subjekt, weshalb die Kunst ja zunehmend esoterischer und individueller gerät. Richter blickt sich um, orientiert sich an den Universalien der westlichen Welt und ihrer tonangebenden Matrizen. Ist da eine freie Gangart außerhalb medialer Schablone noch möglich? Wie weit kann ich die biologische Anomalie treiben und das triebgesteuerte Säugetier überwinden? Zunächst organisiert er mit seiner neuen Künstlerkollegin die Kunstaktion Kapitalistischer Realismus in ironischer Wendung gegenüber dem sozialistischen Realismus. Er versteht das als eine Popart, als eine populäre Kunst. Denn populär ist dieses als Ausstellung im Kaufhaus veranstaltete Happening gedacht. Dargebotene Speisen und Getränke werden von den Besuchern vertilgt und vieles mehr noch. Es bleibt ein Bild der Verwüstung. Eine Kunstaktion kommt daher als Dokument der freien westlichen Angebots- und Nachfrageökonomie gegenüber kommunistischer Planwirtschaft, wo freies, hemmungsloses Konsumieren nicht so möglich ist. Sozialistische Raubfantasien allerdings erhalten jem Westen ihre üppige Nahrung. Die wahre Kunst generiert Geld und Geld muss fließen, wie Richterskollege Beuys schon sagt. Sie sehen hier diesen einfachen Stuhl in diesem Sfumatum, dieser Verwischung, hier ist der Fluss drin, noch stärker. Sehen Sie das hier? Autos in beider Fahrt, da hat dieses Bewegung alles mit aufgegriffen, in der Darstellung. Also Geld muss fließen. Der Geldkreislauf gebührt Fluxus, auch ein Thema jener Zeit, von Fließen natürlich. Und dieser prägt von da an Richters Schaffen. Nichts bleibt und alles ändert sich. Die Bilder von gestern verwischen sich in der Zeit, verlieren an Raum. Ein klar umrissenes Ding existiert nicht. Alles bleibt offen und bewegt sich im Fluss von Raum und Zeit. So denkt Davidson und Tromlin. Mehr oder weniger denken sie im Fluxus. Das Thema des Physikalismus gerät zum zerfließenden Fake. Die Natur strömt fließt und geht auch nieder und irrt mit ihr die Technik und Artificialität. Daher spricht Popper, der in seinem Buch von Logik der Forschung von Falsifizierung. Die Regeln und Sätze der Naturwissenschaft gelten eben nur relativ. Und zwar so lange, bis ihr Gegenteil bewiesen ist. Bis sie falsifiziert sind. Bis dahin gelten sie als verifizierten Peter Travny bezweifelt ihre Kontingenz. Heiligers Begriffe der Alete beschreibt dies offene als Kommen und Gehen. Alete ist die Verbergung, die Verborgenheit. Alete ist das Aufbrechen der Verborgenheit. Und mit dem Begriff Alete meint er, dass die Erscheinungen der Natur aus dem verborgenen Sein ins Licht erweitreten und sich auch wieder zurückziehen. Also ein bisschen gegenwäufig gedacht. Heiligers Begriff der Alete beschreibt also dieses offene als Kommen und Gehen. Die Natur offenbart sich im permanenten Kommen und Gehen. Hier ein sehr schönes Vorbild von der Natur, das Wasser, wie es dort diffus verschwindet, die sehr unkonkrete, offene, inkontinente Wolken, Luft, Himmel, Landschaft. Das heißt also, die Natur offenbart sich so, wir können sie nicht gänzlich erfassen. Das Sein des Sein erweist sich als Entborgenheit, die auch eine Verborgenheit ist. Die Offenbarung der Natur, ihre Poetik, ist gegenläufig. Poetik im Sinne von Poesie ist Aristoteles gedacht vor der Hervorbringung von Schöpfung. Boris Kreuz nennt es auch die Paradoxie der philosophischen Sprache. Es geht nicht nur in sie. Sokrates deutet das als eine Aporie. ist das, was der Sophist, vielleicht der Politiker, der Journalist, uns vorenthält. Doch das Gegenläufige, das Paradox, wird so richtig das Thema. Er reibt sich an Theorien, Ideologien, traditionellen Evidenzen. Die Biologie mag etwa die Welt der Säugetiere beobachten, messen, technisch analysieren und Schlüsse synthetisieren. In der Behandlung einer geistigen, paranoid, wahnhaften Entfaltung des Humanen versagt sie. Das alles kann gemalt werden, sagt unser Mahler. Der Schöpfungsvorgang einer kreativen Wildfindung erweist sich im reinen Mahlen, im Mahlen an sich. Wie schon angedeutet, hat sich richter gegenüber theoretischen Vorgaben, verbindlichen Wilddeutungen, wie man es von polypytischen Kunstprogramm kennt zeitlebens erkältet. Von diesen theoretischen Erklärungen, spekulativen Erläuterungen, Zielvorgaben, theoretischen Regelwerken, über allegorische Gestaltungen und Symbole geäußert, hält dieser Künstler nichts. Den Übertruss an einer Ideologisierung der Malerei, wie durch Stukac etwa, hat Richter in seiner Jugend den DDR-Jahren entwählt. Dieser Heraklit der Malerei kann man auch sagen, ja, Pantare, alles fies, betreibt eine Artificialität, die sich mit Worten schlecht beschreiben lässt. Solche Haltung vermittelt er auch als Professor für Malerei von 1971 bis 1994 an der Kunstakademie in Düsseldorf. Da hat er schon in den 60er-Jahren ein Ölber aus schwarz-weiß-grauen Bildern nach fotografischen Vorhandlungen. Die Bildvorgaben haben ihn irgendwie angemacht, affiziert bekannt. Er findet sie interessant und mal sie scheinbar, aber der mimetische Vorgang steht nicht im Zähnchen der Tätigkeit. Das Malen selbst setzt sich durch. Die Fotografie als Fotografie gibt der Malung malereigere Richtung vor und nicht das im Foto abgeliehen. In der Moderne heißt Malen nicht mehr als das Verteilen von Farbe auf zweidimensionalen Grund. Obwohl Sie das hier auch haben, sehen ja auch, was ich gesagt habe, Form hat sich auf, die Malerei, der Fleck, der Strich, der malerische Gestus setzt sich durch und zerlegt das Bild einer Stadtlandschaft. Noch Stärke auf diesem. Da haben wir es zu haben. Malen auf zweidimensionalem Grund, Verteilung von Farben, nur mit wenigen kleinen Farben hinterfrocken. Ein Bild ist nicht länger ein Guckgasten mit einer Raumillusion an der Wand, wie wir es seit der Renaissance hier kennen. Die Objektivität hat sich verloren. Die Welt, an der sich Richter orientiert, Imaginationsfetzen seines Topos, Fotografien aus der allgemeinen kleinbürgerischen Bild- und Vorstellungswelt. Das sind einfach gefunden Fotos von der Familie, die er so umsetzt. Liefern die Malanlässe ganz im Gegensatz zur Kunstideologie des Dritten Reiches mit dessen Körper und Realismus verherrlichung durch kitschige Idealisierung werden die Kulturbonsen der DDR ungeprüft übernimmt. Schließlich sind es ja alles Sozialisten. Dagegen hält Richter mit Rezept freier Malerei soll der Pinsel mit der Farbe doch machen, was er will. Einfach laufen lassen ohne kontrollierte denkliche Haltung. Adi Platons Ideenwelt die auch verwirklichung macht. Es greift Heideggers Ontologie die ontologische Differenz anstelle sozialistisch materieller Metaphysik. Und wir erkennen die bildende Kunst als ein Ereignis in einer freien Stelle im Seil Universal. Die Lücke im universalen System von Technik Kapital Medium gibt dem Ereignis Malerei die Freiheit. Man erkennt Kunst als Offenbarung subjektiver Freiheit. Es ist nichts mehr objektiv, es ist alles nur noch subjektiv, die gesamte Weltsicht. Es erscheint eine Offenbarung von Malerei als Alete, ein das Ereignis Füllende Entwerbung mit inhärenter Verwerbung. Das Paradox eines Erzählens. Das nennt Heidegger im Ursprung des Kunstwerkes als ungeheure Setzung im Seiden Wahrheit. Danach heißt Wahrheit nichts anders als ist, dass man die Qualität erkennt. Man hat es in Kaspar David Friedrich im 20. Jahrhundert richtig schätzen gelernt. Das trifft auf einen Spitzweg zu, das trifft auf einen Van Gogh zu. Das was uns heute gefällt, das war im 19. Jahrhundert Skandal. Das war also das Ungeheure. Und Wahrheit ist danach einfach das, was neu erscheint. Deshalb sagt Heiliger, der Philosoph sucht die Wahrheit, der Künstler drückt sie aus. So bringt Richters Malerei in unsere Welt des Gewöhnlichen, des wissenschaftlich Bekannten, seine visuelle Anomalie, von der Lebensen als Skandal der Natur spricht. Es erkennt der Mensch allein das, wovon er weiß. Und was er nicht kennt, das sieht er nicht. So verhacht eine bildlegasthenische Gesellschaft in bekannter Gewöhnlichkeit. Der Mainstream einer Massengesellschaft betreibt allein das Geheure, das Gewöhnliche, welches man als das Bekömmliche wählt. Der Durchschnittsmensch lehnt das unbekannte andere ab. Im christlichen Mittelalter hat die Malerei die Aufgabe, die kirchlichen Dogmen abzubilden. Eine katholische Ikonografie im allgemeingültigen Kulturzustand wollte das so sehen. Da hat er auch ein schlecht gemaltes Bild, seine volle Gültigkeit, denn es zeigte die herrschende Lehre und konnte ja angebetet werden. Es wäste damals noch das Geheure, die christlich dominierte Schablone in der Kunst. Das Ereignis des Ungeheuren tritt erstmals in der Frührenaissance zunehmend mit dem Barock auf. Da fiel die Moderne schon an. Das darf als Charakteristikum der Neuzeit verstanden werden. Keine Ahnung. Seit der Renaissance dominiert die objektive Sicht des handwerklich versierten Virtuosen. Der Heilige des Mittelalters gerät zum Virtuosen der Neuzeit. Die neue Welt der Wissenschaften und das kulminierende Kapital beherrscht zunehmend das Sehen des Weltverständnisses mittels wissenschaftlicher Perspektive Erschlag. Die menschliche Anatomie, die Perspektive, die Geometrie, die Maltechnik der Ölmalerei gehören zum Rüstzeug des Malers und das Bild wird wahrer und gerät zu einer Art präsentativer Wandaktien. Je virtuoser empfunden, das Bild, desto höher sein Wert. Es gibt prinzipiell die zeitgenössische Auffassung vom Raum wieder. Den sichtbaren Pinselstrich galt es zu vermeiden, um die Ebullition zu steigern. Malerei bereitet die Fotografie und damit die industrielle Sicht vor. Nun in der Moderne bricht das weg. Das Bild versteht sich als Aktionsfläche subjektiver Tätigkeit. Die renaissancehafte, bemühte Objektivität verliert ihre Geltung. Der Raum gerät Multiplex wie Kubismus. Welt ist allein das, was das Individuum erlebt. So zeigt sich Malerei als individuelle Farbrochen auf zweidimensionalen Grund. Hier dockt Richter an. Er bedient sich als Mannanlass, wie schon gesagt, eines künstlerischen Schnappschusses, eines unspektakulären Fotos als Ausgangsprodukt. Da kann er sicher sein, ideologiefrei zu bleiben. Daran erprobt er sein malerisches Können. Es entstehen seine Gemälde, wobei die Farbe und der Pinselduktus das ihre geben. Die Ästhetik des Bildes entwickelt ihre eigene unaussprechliche, jedoch sichtbare Farbsprache. Etwas aus dem Fluss der Zeit kommt im Bild zu. Auf solche Bilder muss man sich sehend, intuitiv, empathisch und keineswegs logisch vernünftig einlassen. Fantasie, welche naturgemäß die Regeln übersteigt, ist gefragt. Der Beuys sagte ja auch, nachdem er sein Büro für Kunst eröffnet hatte, mit den Leuten sprach, man konnte mit ihnen diskutieren, Gespräche führen, er sagte als Ergebnis, was ihm negativ aufgefallen wäre, dass die Menschen nur noch in der Lage sind, auf logischem Weg an die Kunst ranzugehen. Das ist der falsche Weg. Die Kunst hat keine Logik im Sinne einer Verstandsordnung. Es kommt hier auf Intuition, auf empathisches sich die weich gemalten Bilder. In ihrem Sfumato, Sfumato ist der Ausdruck aus der Renaissance, ist von Leonardo Da Vinci entwickelt worden. Er wollte, er hat deshalb auch seine Madonnen so beliebt, er wollte nicht die klare Kontur haben, wo steht von Sack des Zeichner er schüttelt, er wollte die Malerei sich ausbreiten lassen. Diese Weichheit, diese Weichheit der Gesicht darstellen statt eine scharfe Kontur. Die weich gemalten Bilder in ihrem Sfumato wirken eher wie Erscheinungen. Man ahnt etwas, glaubt etwas zu sehen, erinnert etwas Fotografiertes, wie mit starkem Weichzeichner gemacht. Versucht aus eigener Vorstellungskraft eine verständliche Form, man hat trotzdem schon vieles falsch gemacht. Unser anerzogen eingeschränkte mediale Sichtweise reicht nicht zu. Suchen wir doch mit unseren Augen das Wiedererkennbare und lassen uns nicht auf das Neue und Ungewohnte ein. Wir müssen lernen, richtig zu schauen. Da sieht man Farbwolken, Flecken, Striche, reine Malerei, pure Farbe, die den Rezipienten in Stimmung versetzen sollte. Gemaltes lässt sein Vorbild hinter sich und thematisiert sich selbst. Daher wundert es nicht, wenn in einem weiteren Stritt Gerd Richter das abstrakte malt. Das ist diese Bildfolge. Er malt genau genommen nicht abstrakt. Er malt das Abstrakte als Vorlage ab. Die werden mit einem großen Spachtel aufgetragen. Die sind so groß wie diese Wand etwa. Da zieht er mit dem Spachtel drauf und schaut danach, was da rauskommt. Die alten Malungen werden überkratzt, die kommen aus dem Hintergrund vor, die verschwinden wieder. Auch der Vorgang der Erlebte, der eben erwähnte, spielt auch eine Rolle. Eine Malerei als Segen sich die Bildformate. Das Gedachte Irrationale erobert die Welt, Richter steigert die Sublimierung durch das Erhabene. Das Verschmieren von Farbe, welches bei den meisten Menschen Unwillen auslöst, gerät auch in der Folge der Größe und Repräsentanz der Verbreitung von Erratik ein Wohlgefallen, ein gegen alles Interesse der Sinne gerichtetes Wohlgefallen. Gegen alles Interesse der Sinne des Kant. Es greift eine umfassende Sublimation. Aristoteles hatte in der Poesie den Begriff Mimesis für die Nachbildung eingeführt. Wir haben hier auch so etwas Doppeldeutiges. Wir haben einfach mal, man kann sagen, hellgrau schwarze Streifen in der Senkrechten, man kann aber auch einen Vorhang assoziieren. Das heißt, die Vorstellung kommt aus uns heraus. Er hat einfach etwas arrangiert, wo dann unsere Auffassung, unsere Idee wirksam wird. Malerei stellt man sich dementsprechend, also Mimesis, als Nachbildung der Natur vor. Ein durchschnittlicher Bild, der Gastemiker, denkt eher an eine getreue Abbildung der Natur und will auf einem abstrakten Bild nichts erkennen, obwohl Farbe, Striche, reine Malerei erkennbar sind und den aufmerksamen Präzipienten in eine Stimmung versetzt. Einer der Väter der Moderne, Paul Cezanne meint dazu, Malen sei ein Schöpfen parallel zur Natur. Mimesis heißt nun, den Schöpfungsvorgang wie das gestalterische Bild der Natur nachzuahmen. Das bezeichnet Richters Engagement. Er malt ein Foto in einer Diaprojektion ab, mit allen Schwächen und Schärfen des Fotos und verricht es anschließend mit dem Flächenstreicher im Beispiel Zeichen. Es zeigt sich nichts oder wenig Abgemaltes und es bleibt rein gemaltes. Eine Umgewichtung des Themas von anfänglich Abgemalten zu Allein Gemalten. Das Vorbild, der Anlass zur Tätigkeit ist verschwunden. Geblieben ist eine reine Malerei, die ihr Vorbild verweigert und die Farbe allein präsentiert. Die Metaphysik hat sich erledigt. Es bleibt eine rein materiale, positive Präsenz als zeitlose reine Malerei. Die Lösung von der Metaphysik zeigt sich in dem Bild Frauenakt die Treppe herunterschreitend. In einer Zeit, in der realistische Malerei verpönt ist, malt er seine Frau, die als diffuse Akt der Scheinung die Treppe hinabgeht in warmen, lichten, ja sonnigen Farben. Dabei hilft ihm sein in der DDR erlerntes Handwerk und es kommt zu einer mystischen Farberscheinung. Richter hat sich von Michon anrehen lassen. Das ist das Urbild, Akt die Treppe hinan unterscheiden. Da gibt es auch viele Passiflage zu. Aber das ist ein Bild, welches interessanterweise die Kubisten ablehnen. Im Grunde genommen ist es das, was in jener Zeit entsteht, der Film. Ein Film ist ja eine Aufnahme von Bewegungsphasen, die dann durch das Abspielen eine Bewegung erzeugen. Das ist der Hintergrund auf von solch einem Bild. Sie sehen ja auch hier Bewegungsphase. Der hat sich von Duchamp anregen lassen, Herr Richter, und der vom Ende der Malerei spricht. Er sagt, er kann nur noch lesen und rechnen, wie wir machen. Richter widerlegt ihn und sein enges Verständnis von Malen und Farbe. Richter geht es nicht um eine Bildidee, eine erfundene Abbildung. Seine Idee ist das Malen, also das Bilden der Farbe an sich. Er sagt, Malen hat mit Denken nichts zu tun. Deshalb verstehe man seine Werke als Berichte über die Möglichkeit des Malens. Möglichkeiten sind sie konkret, wählen sie auch Wirklichkeit, die weil ihnen Notwendigkeit inhärent ist. Das ist Traumlich. So verstehe man Richter das Werk, welches die Möglichkeit des Malens des Erscheinens von Farbe durch exerziert. Denn es gibt keine Möglichkeit, die von der Verwirklichung im Universal Technik Kapital Medium ausgeschlossen bleibt. Es gilt auch der Ungeschluss, was nicht verwirklicht wird, kann nicht als Möglichkeit bezeichnet werden. Die absolute Möglichkeit von Malerei ist Notwendigkeit. Da erweist sich Spinozas Pantheismus als Wahrheit. Der Gedanke, die Vorstellung erweist sich im Machen. Der Gedanke, die Vorstellung ist nicht vorher abgehoben, spekulativ für sich selbst, sondern der Gedanke hierbei entwickelt sich beim Tun. Die Trennung von Theorie und Praxis dekrophiliert sich als reine Spekulation. Empirie hat sich erledigt, denn wovon sollte es Erfahrung geben, wenn auch die Theorie ein Simulakrum ist? Das erklärt den immanenten Zusammenhang in Richters Werk. Erfahrung wird mit entstehen. Dies Werk mag für die Malerei notwendig sein, denn Malerei ist, auch wenn sie keiner sieht. Das Nichtsehen liegt nicht daran, dass der Gegenstand der Nichtsehbarkeit nicht ist. Das liegt daran, dass ich dessen Phänomene nicht erkenne, weil ich ja davon nichts weiß. Eine mediale Präposition im humanen Geist erscheint er vakant. Es fehlt eine Vorprägung meiner Synapsen in der Idee Materie Matrizen. Denn diese Schablonierung hat das Ungeheure nicht vorgesehen. Es mangelt an Überblick. Wäre das menschliche Subjekt in der Lage, die Determinationen seines Handelns und Denkens zu durchschauen, würde die Geschichte zu einem runden Bild meint Parag dazu. Was geschehen wird, steht schon fest. Das gilt für den globalen Raum, in welchem die mathematisch-technische Fotografie maßgeblich wirkt. Insofern ist der globale Raum im Gegensatz zur malerischen neutral und ohne jede private Identität. Sie verstehen Traumlin meint, ähnlich Schopenhauer, dass es den freien Willen nicht gibt. Deshalb spricht er vom universalen Raum. Deshalb geschieht das, was geschehen muss. Was nicht geschehen soll, das geschieht auch nicht. Das alles ist ja sonst nur Gerede. Ich hätte, ich könnte. Das lädt er ab. Da wir in dieses universalen eingebunden sind, gibt es eine Freiheit. Und eine Freiheit. Und die befindet sich nur im poetischen Topos, auf einem poetischen Ort. Dort, wo der Maler, der Dichter, der Musiker, der Literat und so weiter, da wo sie tätig werden, haben sie Freiheit, weil das ist die einzige Möglichkeit, wo es freien Willen gibt. Die poetische Topologie ist autark in diesem Universal, doch begrenzt endlich, so der Traum wieder zu. Sie bedarf der mathematisch-technischen Topologie nicht. Die Dichtung, also hier Schöpfung von Malerei, bleibt frei. Nichtsdestotrotz determiniert die poetische Topologie die lokale Topografie der Intimität. Das ist also eine Sache, die aus dem Subjekt entsteht, die aus der Intimität kommt. Sie mutiert Möglichkeit zur Wirklichkeit. So betreibt Richter Malerei. Das Medium bestimmt sein Erscheinen, die Möglichkeit von Malerei auszureden, heißt nichts anderes, als dass die Farbe das Werk bestimmt, nicht der Maler. Er bleibt ein allerdings hervorragendes Mittel der Exponierung von Malerei. Richter drückt seine Bestimmung aus mit dem Satz, Zitat, Mich interessiert nur das, was ich nicht kapiere. Malerei bildt insofern das absolut Irrationale den Baden die Imagination. Die kleinen additiven Farbkästen, welche ohne logische Anordnung oder irgendwie geartetes Konzept sind, zeigen sich in der Fülle und sehr realen Folge als Farbangebote im Fluss. In einer opulenten Menge diese Spots demonstrieren Farbe im Fluss, eine solche Offenheit widerspricht einer physikalischen Auffassung von Kontingenz. Das Thema der Physik verliert an Kontur. Metaphorisch bedeutet das eine schallende Ohrfeige für Platons Theorie-Dogmatik. Hält dieser doch die Kunst für das unzureichende Betreiben einer nachrangigen wie unvollkommenen Mimesis der Idee? Die Idee vom Tisch oder vom Stuhl etwa. Der Schreiber fertigt eine unvollkommene partielle Ausführung der Idee Stuhl. Der Maler malt diesen im Sinne der Idee unvollkommenen Stuhl ab. Der Maler fertigt also eine niedrige Stufe auf der Hierarchie zur reinen Idee an. Doch Richter malt keine Idee nach. Er malt in der Wirklichkeit ohne jeden transzendentalen Bezug. Zitat Da Bilder nicht gemalt werden, um mit der Realität verglichen zu werden, können sie nicht unscharf sein oder ungenau oder anders, anders als was. Wie soll Farbe auf Leinwand unscharf sein können? Richters Bildschöpfen kommen in einer Poesie gleich, welche aus dem Dunkeln des Seins in das Unbekannte und Bekannte Seine, das Neue als Innovation vorstellt. Boris Kreuz meint dazu, ein neues Kunstwerk oder neue Theorie, die im Verdacht stehen, wertvoll zu sein, kommen in einen Vergleich zwischen Archiv und profanem Raum, wobei das Neue entweder dem Archiv oder dem profanen Raum zugeordnet wird. Der Bereich, der aus allen Dingen besteht, die von den Archiven nicht erfasst sind, kann man als profanen Raum bezeichnen. Das ist das, wo wir so verdienen. Richters Kunstwerk, das sich sicher als von den Archiven erfasstes Neues gelten lassen, während wir Rezipienten im profanen Raum verharren. Das Neue als ungeheure Erscheinung im bisher erfassten und reflektierten Dasein, welches als Gegenüber inmitten der Gewöhnlichkeit auftaucht, wo es als pures Walden der Farbe und ihrem aufgebrachten Ductus entgegensteht, erscheint dem kollektiven Auftritt möglich er entgegenstehen. dieser Menge an Farben, diesem Fluss an Farben, der ist wirklich völlig willkühlig, da ist nichts dran spekuliert. Einfach zugegriffen und Farbe den Farben zusammen seine Studenten angefertigt in dieser Regel. Das stellt entgegen die Menschen davor, wie der Rezipient vor den Bildern steht. Dieses Ungewohnte kennt also keine Vorbilder, ist kein Abbilder von etwas, sondern ist der bisher undefiniert des Etwas. Dies Etwas kommt dem Subjekt als das andere Etwas meines Ich gegenüber Fremdes vor. Deshalb gibt es keine verwichten oder weich gezeichneten Minderbeilrechte. Die Summe aller Farben auf Rede und Graubüter auf Kästen. Der Kardinal Meissner hat sich darüber echauffiert, weil er das für eher islamische Kunst war geometrisch. Wir wissen mittlerweile durch das hier vorgetragen, dass das nicht geometrisch gemeint ist, dass es einfach Farb in der Summe in der Fülle darstellt. Insofern meines Erachtens als mystische Farberschein in einen gotischen Dom sehr schön passt. Aber das sieht man mal wieder. Auch ein gebildeter Kardinal ist nicht voll in Verlust. Als Summe aller Farben berät er uns nun die Graubilder. Das sind da leichte Strukturen. Wünsche letztlich nichts anderes als gestalteter Materialismus bedeutet. Mit ihren schrundigen von Farbscheren strukturierten Bildflächen evozieren sie haptische Erfahrungen von Malerei. Stimmungen transportieren sie keine. Diese transportiert der Bildrezipient so wie Grau nur die Stimmung einer eventuellen Begleitfarbe mit sich trägt. Ob es zum Beispiel eine kalte oder warme Farbe zu Begleiten hat. Dementsprechend unterschiedlich wird Grau als Summe der Farbe. Mit diesen Graubildern spricht Richter auch seine persönliche Haltung an. Lehn jedoch jede Ideologie, jede herzsüchtige Theorie gänzlich ab. Er meint alle diese Moden, seine Anfangszeit in Düsseldorf, die Rockbewegung, davor die Nazi-Zeit und nun der Sozialismus beängstigen ihn. Da hängt ihm noch die Vereinnahmung und Fremdbestimmung als Propagandamaler des Sozialismus in Dresden nach. Er hat ja eingebildet in Dresden gemalt, obwohl nachdem er die DDR verlassen hat, natürlich über mal überstrichen. Auch anderen auftrumpfenden Ideen bistraut er als dogmatische Ideologienkonstrukte. Er weigert sich mit Haut und Haaren in eine Schablone gedrückt zu werden und sich der Ideen Materie Matrize im Universal anzupassen. Bitte keine fremdgesteuerten Normierungen. Er entwickelt seine Phobie dem konventionellen Nicht-Ich gegenüber. Zunächst interessieren ihn die konkrete soziale Realität der Nachwuchsheit. Denunzierende Anklagen der Gästen vermeidet er in seiner Haltung. Lieber inszeniert er Unpersönliches. Die konkrete soziale Realität der Nachwuchsheit. Denunzierende Anklagen der Gästen vermeidet er in seiner Haltung. Lieber inszeniert er Unpersönliches. Unpersönliches und unverlorenes Banden. Die Sicht auf scheinbar lapidare Dinge erschafft eine zweidimensionale Malerei, die sich als eine rein materialistische positive Haltung erweist. Phänomene bleiben Phänomene und Richter malt ihr reines Schein. Malen behält sein reines Malphänomen und bleibt interpretationsfrei. Zitat Man kann gemalte Bilder nicht erklären, denn Sprechen über Bilder ist ein anderes Medium als das Malen. Visiwelle Aussagen lassen sich nicht mit Worten erfassen, so wenig wie man das Tönen von Musik mit Worten beschreiben kann. Das Ergreifende einer Symphonie kann kein Wort beschreiben. Daher auch Richters hingabe an das Tonwerk von John Cage, der das reine Tönen-Thema besiegt. Zitat Bilder, die deutbar sind und Sinn enthalten, sind schlechte Bilder, meint Richter. Er meint natürlich weltanschaulich gesteuerte Bilder. Durch Verwischung bzw. Weichzeichnung gibt es Resultate, die intellektuell nicht geplant sein können. Neues entkommt dem Malen selbst, wie Hegel in seiner Ästhetik schon meint, das Kunstwerk zeige sein eigenes im Machen. Der Künstler hat keinen kompletten Plan, nur eine ungefähre Vorstellung, bevor er mit seiner Arbeit beginne. Die Bildung wie schon gesagt, entsteht bei Malen, womit wir wieder bei Lege zu sind. Vergessen man die alte Dogmatik von Theorie und Praxis. Die Praxis bedarf keiner theoretischen Vormundschaft. Schillers Gedanken vom freien, kreativen Spiel ohne jede Notwendigkeit beschreibt es besser. Geist und Ausführung wirken ineinander. Vernunft wird auch erst durch Empathie verständlich. Ich bin uns alles grüßen. Da haben Sie hier mit der Spachtel ein Beispiel. Gott befindet sich nicht außerhalb, sondern in der Welt. Und der Mensch bleibt das durch seine Machenschaft preventierte Säugetier. Weshalb die Beherrschung der Triebe die Einschränkung animalischer Notruf bedeutet. Entsprechende Rezepte und Lebensregeln lehnt unser Malermeister auch ab. Eine hemmungslose Triebauslegung von der falsch verstandenen Psychoanalyse propagiert, zementiert die humanen Notruf. Diese Malerei hier betreibt das Gegenteil einer Notwendigkeit. Und jäglicher Notruf. eine Malerei welche die Farbe also sich selbst inszeniert äußert sich allgemein nötig. Hier ist noch eine besonders freie Malerei. Hier sieht man eigentlich genau das Richter abstraktes abmacht. Das ist also nicht so sehr aus der Arbeit heraus entstanden. Er malt da etwas ab. Hier sehen Sie auch die Dimension der Werke. Interessantes Foto von unten. Das hat natürlich was Walter Benjamin schon sagte eigentlich ist das Oratische in der Kunst weg aber das entfaltet eine eigene Oratik. Also eine Malerei welche die Farbe als sie selbst inszeniert äußert sich allgemeingültig. So allgemeingültig wirken in die frühen Wolkenbilder oder Sehstücke. Man glaubt bewegte Seepanoramen zu sehen doch der Wolkenhimmel darüber entpuppt sich bei näherem Hinschauen als ein Sehstück auf dem Kopf und letztlich gemahtes Allover. Hier haben wir jetzt hier unten die Seen und vermeint sich den Wolkenhimmel wenn man das also rumtreten ist das Bild dann ist das eine weichere See und darüber ein gedeckter Wolkenhimmel. Es kommt halt auf den Standpunkt an dabei bleibt Signifikant und Signifikat und definiert das Rezon muss nicht gesucht und identifiziert werden. Richter malt die Farbtafen der Industrie ab und er malt die Vermischung all dieser Farbtafen in Graubilder. Er malt eine Romantik wie Kunstgeschichte und verweist hierbei auf inszenierte Malerei. Volker von Tschumi Berlins früherer Direktor der Nationalgalerie der übrigens als erster Museumsdirektor der Welt einen Cezanne kaufte für die preußische Kunstsammlung des Kaisers klagt über das blumpe Wort welches die Bildqualität nicht erreiche. Das blumpe Wort erreicht auch nicht die Qualität des Graubildes. Ermessen und sinnlich verstehen kann allein das Auge ein solches Bild. Dementsprechend behandelt Richter auch die Bilder über die RAF Abenteuerung. Die sogenannte Rote Armee Fraktion galt in den 70er Jahren als wild zusammengewürfelte Haufen von Desperados, die ihn maßlos zu selbstüberschätzen, einen politischen Widerstand auszulösen versuchten. Jedenfalls wurden die Führer dieser Vereinigung inhaftiert. Man gestand ihnen einige Privilegien im Gefängnis zu. Doch starben sie auch durch Selbstmord aus Verzweiflung. Darüber wurde berichtet und fotografiert. Richter berührt dieser komplex politischen Irrlaubs aus ideologischer Verblendung die plakative Darstellung in der Öffentlichkeit. Die intime Fotografie in Tod der jünger Menschen, denen durch das Zerren in die Öffentlichkeit jedes Privatsphäre und Würde geraubt wird, beschäftigen Richter. Und er fragt sich, wie es dazu kommen kann, dass diese Menschen aus politischer Fantasterei ihr Leben so wegwerfen und es kommt zu diesem Allgemein als Die Vorgaben einer Bildindustrie zerlegt nämlich unser Maler in das Wesentliche von Erscheinungen bis zu einer abstrakten Phänomenologie Die Raft wird nicht logisch vernünftig analysiert Sie reduziert der Künstler auf den Kern der Optik und Rücke Meinhoff wüst sich in Licht und Schatten auf Die Hinterkarten des Wirtschaftswunders darf man als flüchtige Zeit erscheinen gesellschaftlichen Unbehagens bis zur Beewigung in Schwarz ist durch jegliche Intimität ja also Gesellschaftswunders und Wagen bis zur Beewigung in Schwarz Weiß Mann rein aufgelöst und kann ja auch nichts richtiges enthält Richter nimmt dies alles als Wahrheit im Dasein kommentarlos hin und verarbeitet diese Angelegenheit für sich mit Pinsel und Farben die Raftgrößen verlassen die Fahndungsfotos Richtung gesteigerter Artificialität und können nun in Wohnungen Galerien Museen bürgerlich estimiert an die Wand gehängt werden das gleiche geschieht mit den Twin Towers das Foto die Aufnahmen von den Bränden Twin Towers auch hier geht das Narrativ verloren und es entfaltet sich reinem Mal und Farbe erfahren die Toten Enz in Bader Raspe wie die Twin Towers lösen sich in der malerischen totale auf so hatte Richter schon seinen Onkel in deutscher Wehrmachts gemalt wobei schon deutsch und wehrmacht scheiß schnutz piepe sind es ist egal mittels Verwischungen Vertreibungen und Schlieren die ganzen malerischen Momente vergeht alles erzählende Attributäre alles konventionelle Geschwätz löst Richter mittels seiner Maltätigkeit auf das signifikante Bildgerüst löst sich in Signifikant auf so weit es zu dem auf sich selbst reduzierten gemaltes Gerät da erscheint das explodieren der Atombombe als Nebensächlichkeit Hauptsache sie macht sich malerisch nützlich durch das Erscheinen interessanter Farbwelten deshalb sind solche Gemälde immer wahr und richtig Richter malt nie etwas was mit einer Wirklichkeitsvorlage verglichen werden könnte die Frage nach Richtigkeit stellt sich nicht nochmal hier zurück zu einem das ist aus einer Familienmappe ein Foto etwas Kessel Mutter mit ihrem Jungen der für die Konformation fertig gemacht wurde das ist ein lapidares Thema es kommt nicht so sehr wie es uns erscheinen mag auf diese Darstellung an das bringt das Foto an sich hier geht es darum und Farbe zu inszenieren und Krautöne zu inszenieren es ist ein schwarz-weiß Bild schwarz-weiß auch gemalt woher sollte ein reines Farbgebilde eine tautologische Übereinstimmung haben außer mit sich selbst und so schwebt Richter scheinbar zwischen Fotorealismus Popart informeller Abstraktion im Sinne totalen All-Over Paintings er verarbeitet die Welt der Konsumwerbung der Regelproben Presse privater Familienatmosphäre das ganze Universal an Erscheinungen in fließender Malerei und ihre Posenhaftigkeit und Vanillität löst dabei das Bild Narrativ auf Die von Otto Normalverbrauchern geglaubte Wiedergabe der Wirklichkeit mittels Fotografie überführt er der optischen Lüge Mittels Computerprogrammierung gestaltet Richter bis zu 10 Meter lange Bildwerke die in die horizontale Weite der Welt greifen man könnte sie als Illustrierung von Heraklits Aussage Pantarei verstehen das Gitterwerk der Farbstreifen ist so multiplex und dicht das den Bild in eine Bildraumtiefe nicht durchlassen Richter scheint Pollocks Drippings für eingangs gezeigt geordnet zu haben Farbe ergießt sich in die Weite und Breite des Raumes und gewinnt kosmische Dimensionen Ja Ja der Raum Ja der Raum ist das unendlich ausgebreitete Malt Richter hier eine Andeutung eines kolorierten Globalismus Auch solche Malerei will nur sich und bleibt frei von jeder menschlichen Explicität Kreativität Gefühligkeit Ausdruck empfindet vollziehen allein die Betrachter Die Stimmung die hier ausgelöst wird bleibt dem Zufall überlassen Mit diesem mechanischen gestalten löst Richter aleatorische Zufälle aus Die gestalterische Mitwirkung bleibt reduziert Das potenziert sich in den Glas Hinterglas arbeiten die einen auf den Gedanken bringen Es smart wie Heiliger schon sagt es denkt Bei Richter verselbstständigt sich das Wachsen eines Werkes hin zum Ideal der Farbe Das hat er jetzt erst mal in Kauten gemacht diese Technik geführt Der Künstler schüttet auf mit Wasser gefüllten Wannen verschiedene Farben und beobachtet den Farbverlauf In dem Moment wo ihm die Farbkonstellation zusagt legt er das Glas oben auf und das Farbensemble haftet auf diesem Glas Aus einem freien Spiel ohne Zweckbestimmung und Nützlichkeitserwägung entsteht ein Kunstwerk welches insofern auch immer Verwirklichung von Freiheitszeit Die Lücke im System im Universal der Welt füllt sich hier wochnos mit bildender Kunst als Variante des poetischen Topos Alain Badiou würde es Ereignis im heiligischen Sinne nennen Es bricht etwas im System auf das ist das Ereignis Für Davids mag solch ein Ereignis Beweis der biologischen Anomalie und des anmaßenden wie unzureichenden Physikalismus sein Hier sieht man ein Beispiel dafür wo man so sagen kann es maht Es ist einfach die Unruhe Es maht der Körper Da gibt es eine gleiche Ordnung wie Sie sehen und wir assoziieren schon Landschaft Park Wiese Warten und so weiter Das ist unsere Assoziation dazu Das Ganze noch mal reduziert einfacher Zum Schluss Zunächst werfen wir noch einen Blick auf Richters reine Glasbilder Man sieht übermanns große Glasranden hintereinander an die Wand gelegt in denen man sich spiegelt Man sieht sich als ein schattenhaftes Scheinen in schemenhafter Umgebung Das zeigt den Menschen in dem Zustand in dem er sich gerade befindet Die Zeit kommt nicht wie bei Bildwerken sonst zum Stehen Das Ungefähre erweist die Inkontingenz erscheinenden Dinge Das steigert Richter in weiteren Varianten von aufgestellten Glasplatten Damit erweist es sich dass ein unmittelbar ungehindeter Zugang zur Welt nicht möglich ist Welt ist immer etwas Vermitteltes Diese Glaswerke weisen darauf hin dass zwischen Welt und Mensch immer noch etwas ist Kant weiste in seinen Kritiken darauf hin Interessant auch die Parallele bei diesen Glasbildern zur Romantik zu Kaspar David Friedrich diese Felsschorle diese Eisschorle gescheitete Hoffnung die gescheitete Hoffnung liegt hier das untergegangen Schiff da ist eine gewisse Verwandtschaft zu den Glaswerken von Richtern auch interessant da hat es ja auch ein Skandal darum gegeben die Deutschland Fahne im Reichstag das ist natürlich mehr als eine Fahne als Lappen sozusagen es ist kein lapidares Stoff nationales Stoff Gewinn man kann es wie eine Glasstähle auffassen was etwas Feilisches hat wo auch der Rezipient sich mitspiegelt wenn er an dieser Sache vorbeigeht die Politik hat sich da teilweise drüber erregt und das nicht angemessen ich finde es eine wunderbare Darstellung der Fülle von Farbe da ist Rot ein Rot und Gelb ein Gelb ja die Farbe an sich der Nationalfarben die Farbbedeutung hinein die Farbbedeutung wird wichtig also eine Form der Vorprägung liefert sich der von Davidson kritisierte Physikalismus liefert nicht jeder Ismus nicht jede Religion ihre Seeschablonen und der mediale Mainstream gibt das Seine hinzu Richter schenkt neue visuelle Aufmerksamkeit gegenüber einer medial eingeschränkten Seelagestin Zitat über Malerei zu reden ist sinnlos weil man in Worte fassen muss was man in Worte nicht fassen kann doch damit hat Malerei nichts zu tun dies bemerkt Gerhard Richter und weist alle Sophisten ihre Grenzen auf An der Malerei reibt sich das Paradox der Vernunft welches Davidson mit seiner Kritik am ungemäßigen Physikalismus aufzeigt Jede Innovation betreibt die Überwindung der Wertgrenze und insofern findet die Umwertung der Werte statt Das gilt für alle technischen Innovationen für Kunst und alle neuen Theorien Diese beziehen ihre Spannen aus zwei Werteebenen der Ebene des Profanen und der Ebene der Archite wie gesagt wobei waren Bedenke dass hier letztlich Bereiche konventioneller Aufnahme gemeint sind auch hier zu mal interessant das ist ein Foto und das hat er nicht gemalt da hat er einfach reingemalt das ist auch etwas paradoxes und widersprüchliches das technische Bild mit dem freien Malerischen verbunden Hier ein Kommentar zur Geschichte Renaissance ein Verkündigungsthema aus der Renaissance der Engel der auf Maria da hinten zufliegt das hat er zunächst so wie eben beschrieben abgemalt als Affektion und hat das Ganze dann völlig umgewandt fast ja zerstört in ein reines farblich Gefühl mit Richters Werk haben wir die Ebene der Vernunft den mathematisch-technischen Topos verlassen und das Feld der Sinne wie Emorganisation und Fantasie den poetischen Topos der Freiheit betreten alles andere unterliegt dem physikalischen Universal der Notwendigkeit man erkennt nun dass es im Davidson-Programm um die menschliche Freiheit gegenüber physikalischer Notwendigkeit geht der Dualismus Kunst Wissenschaft gewinnt an Evidenz noch zwei kurze Sätze dazu der eine von Heraklit was zu der Alete passt die Natur liebt es sich zu verbergen und ein Satz von Bautier die Natur kann nicht Recht von Unrecht unterscheiden ich danke Ihnen für Ihre Duhrung und für schönes Zuhören Applaus Applaus Vielen Dank.